Es ist das meist kontrollierte und bestens kontrollierte Lebensmittel, von daher sollte man das wertschätzen und das Wasser zu haben und ständig Wasser zur Verfügung zu haben ein großes Privileg ist. Kann man ausgehen, sich vom Kopf bis Fuß waschen, wo kann man das sonst in der freien Natur mit einer frischen Quelle? Man sieht wie wichtig das Wasser ist, unverzichtbar. Drei Tage ohne Wasser, versonnenieren bis tot. Das ist ja nicht mehr das Wasser, tragen die anderen auch auf, da rennt es genauso aus, aber es ist immer das, das haben wir geschaffen, das haben wir erhalten und da wollen wir noch was machen und das ist eben der Unterschied. Stopp! Trink frisches Wasser, das ist möglich bei uns. Kostbar, kostbar. Kostbar. Was ist bei uns. AAAAAHA Eihpo! люbs